ja moin sind zusammen und herzlich willkommen zurück zum nächsten part auf der seite der allianz so wir machen weiter starten erstmal die zeit und ja schlechte nachrichten ja mir jetzt gerade nicht sehr prickelnd habe mir so ein bisschen magen darm eingefangen deswegen habe ich zeit habe ich zeit ein bisschen was aufzunehmen ist jetzt nicht so dramatisch habe jetzt halt mehrere zeiten einfach nichts gegessen und schubti wupp habe ich auch keine magenschmerzen mehr was für ein wunder nein also muss jetzt versuchen wieder ein bisschen regelmäßig zu essen und bevor ich das tue dachte ich jetzt habe ich keine schmerzen nehme ich was auf ihr hört es ja also wie geht es eigentlich an einigermaßen so weit gut so lange man nichts ist habe zwar mega kohldampf und ich glaube dass das auch schon mal ein gutes zeichen wenn man schon wieder irgendwie ein bisschen hunger kriegt habe jetzt seit gestern zwölf uhr nichts gegessen also sind fast 24 stunden ja dann kommt glaube ich auch irgendwie der hunger auch egal wie scheiße alles einem geht so wir haben die flussbestien besiegt und wir sollten jetzt diese quest hier noch abgeben worum ging es eigentlich wir haben keine zeit zu verlieren die gorda festung erwartet uns dort auf dem hügel oh ja ich glaube das haben wir mit der horn seite auch gemacht genau wir müssen die katapult zerstören jawohl gut ich hoffe ihr habt nichts abgekriegt denn ich habe schon gehört dass es auch schon einige magendamen hatten vor mir also irgendwie muss es ja jetzt so rumgehen keine ahnung wieso wie gesagt deswegen hoffe ich dass ihr nichts abgekriegt hat und ja mal gucken wie lange sich das jetzt noch hinzieht ich habe keinen bock mehr sage ich euch ganz ehrlich setzt donnerstag seit dienstag habe ich gesagt gestern mal versucht was zu essen und da ist jetzt nicht so prickelnd so aber wie gesagt jetzt geht es gut kein nichts gegessen alles gut bisschen was trinken das bleibt jetzt auch langsam also ich will auch nicht mehr darauf eingehen machen das was eklig ist oder es gibt glaube ich auch nichts ekligeres an doch es gibt schon fiese krankheiten die man sich einfangen kann aber ich meine jetzt hier in deutschland kann man sich glaube ich nur schlimmere geschlechtskrankheiten einfangen die eitern oder war kommt ich glaube ich ja lieber auf es wird ein thema was ziemlich eklig ist oder ich glaube nicht dass da irgendjemand darauf eingehen möchte sondern lassen wir das jetzt auch mal was anderes jetzt hier so wir haben schon 54 prozent oder brauchen wir noch viel brauchen noch 54 prozent das heißt wir sind bei bei den spitzen in arakoren bei den arakoren das falsche taste so gucken mit 96 von daher sollte es passen und ich habe jetzt für den paladin für die legende questreihe endlich alles aufnehmen können für hochwelt habe eine coole truppe gefunden die kurz durchgerusht sind ich hatte eher gehofft dass die boss mechanik ein bisschen besser darauf eingehen kann aber die bosse lagen so schnell aber das ist ja auch verständlich bei manchen gear score den die leute da an tag gelegt haben selbst ich als tank habe da auch manchmal aggro verloren also vom anderen tank auf jeden fall das ging irgendwie gar nicht anders also ich bin mal gespannt ob es euch gefällt wir haben es jetzt oder ich versuche es jetzt so zu machen dass wir dass ich euch immer drei bosse zeige sorry drei bosse zeige so wie im lfr halt aber ich bin wir sind halt normal durchgegangen fand ich auch besser ich habe auch schon ein bisschen gear abgekriegt und von daher wird würde ich mal so sagen so wir sind jetzt auch schon so weit durch ne wir müssen jetzt nur noch hier hoch genau dann kommen wir schon ins lager der ober na ist weiter leute es geht voran es geht voran ich habe versucht vorher ja geil wir kriegen hier ein portal bei der bei 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 der horde kriegen wir hier ein seil wo wir hochklettern müssen und hier die faule allianz baut sich immer erst ein portal hin man 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 Junge 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 ja das stimmt meine hübsche drei quests nice 18.000 heftig so was müssen wir ach ja stimmt hier gibt es viel zu schnetzeln das wird ja ein schnetzelpart den es seinen gleichen sucht das ist ja grandios so der erste können wir gleich ohne spaß da holen wir uns so ein paar mehr das müsste ansatzweise die gleichen voraussetzung sein für die allianz ist ein bisschen bisschen kleiner unterschied oder so am van 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 kommt Und stirbt jetzt, ey, Digga. Nice. Geil. So. Ey, heftig. Die Säcke. Woher wussten die das? Kommen wir gleich eigentlich mal zum anderen Thema. Also auch privat natürlich. Jetzt haben wir ja kurz das Thema für die Tordat nochmal angesprochen fürs Let's Play, aber jetzt mal was Privates. Ja, wir haben beschlossen dieses Jahr mal auf ein Festival zu gehen. Also mein letztes Festival ist schon, boah, ich glaube ich war 20, also schon fast 10 Jahre her. Und wir werden wahrscheinlich aufs Deichbrand gehen. Sind auch ein paar coole Hip-Hop-Acts dabei dieses Jahr, wo es sich auch vielleicht lohnen wird. Also auf jeden Fall ASD, was ich euch ja schon mal erzählt habe, war ich ja auf einem Live-Konzert mit einem Kumpel. Und SDP ist dabei, 257er sind dabei, Beginner sind dabei, also ja, allein schon dafür lohnt es sich für für ASD und Beginner. Denyo habe ich schon halt, äh, Denyo habe ich live gesehen und ASD auch live gesehen. Also das wird schon, wird schon grandios. Das, die rocken schon. Bin ich mal gespannt, also wir werden da schön, äh, ordentlich, äh, mit genug Leuten mal hinfahren, weil alleine bringt es ja auch nichts. Oder zu zweit, wir waren auch schon mal zu zweit beim, beim Splash-Festival. Ähm, dann kommt es echt drauf an, mit wem man hinfährt und, äh, wie viel Bock man hat, neue Leute kennenzulernen. Und, äh, damit man nicht die ganze Zeit alleine bleibt, kriege ich diesen Buff auch? Nee. Müsste ich aber doch, oder? Nee. Ich weiß, dass es die Rune von Magier ist, damit er ein bisschen mehr Schaden raushaut, aber irgendwie kriege ich davon nichts ab. Schade. Ja, weil, ich dachte, weil die Olle stellt sich da nicht rein, man. Stell dich da rein, dann machst du wenigstens Schaden. Frechheit von der. Mache ich eigentlich hier was falsch? Nee, wir haben jetzt davon sechs. Da ist noch ein. Da ballern wir jetzt schon mal rein hier. Nee. Jawohl. Drei Stück. Ja. Sterbt. So. Oh, wie schnell wir hier die Leute weg, äh, Metzeln, ey. Gleich den nächsten herangeholt, den anderen auch noch rankommen. Was haben wir zu verlieren? So. Oh, und Sperrfeuer. Miao. Nice, Alter. Die fallen wie die Fliegen, ey. Ist schon heftig. Also ist schon ein krasser Unterschied zu keinem, äh, Account-Gear. Definitiv. Drei vor fünf erst. Junge, 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 junge. So, wir gehen hier unten lang, dann können wir gleich den Rare mitmachen. Wenn er da ist. Bisher hat noch nichts aufgeploppt. Ich hoffe aber, dass er da ist. So. Leute. Oh, wir können hier schon was abgeben. Das machen wir definitiv. Fast 19.000 Punkte, ey. Da ist er. Hä? Unser, ähm, Rare-Decoder-Detektor-Gedöns meldet sich ja gar nicht. Ist ja krass. Oh, wir gehen mal näher ran. Können wir hier schön unsere Kugel anzünden. Äh, zünden, nicht anzünden. Oh je, oh je, oh je. Ja, ja, Konzentration fällt ein bisschen flach heute. Aber ist halt, glaube ich, zu verzeihen. So, Ball hat ihn weg. Was? Die Animationen sind größer als die Fläche. Ist ja fies. So, was haben wir gekriegt? Beweglichkeit. Hihihi. So, wo ist es denn da? Was können wir denn da austauschen? Blumen der Seelen nicht. Das behalten wir. 5,58. Da. Bitteschön, anlegen. Wenn eure Angriffe treffen, besteht eine Chance, dass ihr 20 Sekunden lang 378 Meisterschaft erhaltet. Nice. Äh, damit kann ich leben. So. Astralzauber, das haben wir. Dann müssen wir jetzt nur noch erstmal... Kommen die Kugeln wieder? Nö. Da, hinten ist noch eine Kugel. Die holen wir uns, die schnappen wir uns, ey. Bin ja jetzt nicht großartig bewacht hier, nur von einer Person hier. Die andere pennt. Ihr ratzt, Alter, das ist ja frech. Sieht ja aus wie ich auf der Arbeit. Ein Scherz. So. Ach nee, da drinnen müssen wir uns denn noch killen, ne? Wen haben wir denn da? Visier Vorgosch. 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 Junge, was für ein beschissener Name. So. Jetzt haben wir ihn gleich. Komm, 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 komm. Nein, da gehen wir raus. Auf jeden Fall. So. Den ersten erledigt. Fehlen noch zwei. Und so eine Kugel. Ist ja fies, Alter. Ist ja fies. So. Oh, ich habe auch letzte Woche gesehen, ähm... Sind gar nicht so wenig Aufrufe für Blade & Soul gekommen. Finde ich richtig gut. Äh, ich hoffe, es gefällt euch. Äh, denn, äh, von der Geschichte her, also ich habe ja jetzt schon den nächsten Part aufgenommen. Äh, wird es nochmal richtig cool im nächsten Part. Äh, für die Leute, die wirklich auf, äh, Roleplay stehen und beziehungsweise auf die Geschichten hinter dem Game. Äh, lohnt es sich auf jeden Fall nächste Woche nochmal reinzuschalten. Allgemein lohnt es sich reinzuschalten. Äh, aber hat mir gut gefallen. Und so wie es sich anhört, wird es auch danach ordentlich Geschnetzel geben. Darauf stehe ich ja auch gleichzeitig zu den, äh, äh, Geschichten hinter dem, was ich hier eigentlich mache. Im Groben und Ganzen, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, auch so wie hier, nicht jede Geschichte mir durchlese. Seht ihr ja auch hin und wieder mal was, äh, interessiert mich das dann, beziehungsweise man bekommt ja hier alles soweit mit, ungefähr, was man hier zu, äh, was man hier macht. Aber wenn überhaupt kein Zusammenhang besteht, wenn ich das merke, das ist, äh, was mache ich hier wirklich, dann, dann kommt es wirklich vor, dass ich mir das durchlese. Und, ähm, ähm, na, im Battlezone ist es ja auch so, äh, auch voll, äh, voll vertont. Das meiste, ja, ich hatte auch schon ein paar Sachen, wo es einfach, äh, wurde einfach nichts erzählt. Voll frech, 32.000 wieder. Junge, warte mal, wir haben mit 46% angefangen, äh, 54% braucht man noch, jetzt brauchen wir nur noch 38.000, äh, 38.000, 38.000 ist ja, ist ja nichts in WOD. So, hier, komm, kriegst du auch mal ein bisschen Sperrfeuer rein, ist ja egal. Wir können es uns ja leisten, ne? Na, komm, wir geben das mal ab. Oh, wir kriegen einen schönen Helm, brauchen wir nicht. Haha. Gut. Weiter geht's. Ja, das zu Blätterzoll, ähm, ihr seht, ich, es ist Donner... Oh, shit. ...musterhand erleben, so sei es. Ich könnte etwas Unterhaltung vertragen. Okay. So, ihr seht, es ist Donnerstag, ja. Und morgen kommt dann Elder Scrolls, das heißt, ich weiß gar nicht, wie euch, äh, Elder Scrolls gefallen hat, wenn ihr, seitdem ich das hier aufnehme, ist ja logisch, ne? Ähm. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Und, dass wir da auch gemeinsam, äh, achso, ich kann ja die, ne, die Kugel kann ich ja noch nicht gar nicht. Oh, ich wollte die Kugel nutzen, ey, ist ja frech. Äh, dass wir da auch gemeinsam, ähm, durchleveln und die Geschichte herausfinden, was da überhaupt passiert. Ah, stehe ich ja drauf, ne? Wie, ähm, also Blated Soul und, oh, hätte ich da rausgemusst? Ne, macht gar keinen Schaden, aber hier gehen wir mal zur Sicherheit raus. Was denn? Was denn, was ist los? Digga, hier, guck mal, kriegst du eine Kugel in die Fresse. Bam, Kugelchen, mach doch mal Blitze. Jawoll, da fällt er, da fällt er. Bam, was? Äh, wo muss ich, muss ich irgendwo hin? Ich kann ja nirgendswohin. Ah, da sollte ich raus. Und da auch. Haha. Bam, guckt euch das an, Alter. Sperrfeuer mal kurz angesetzt. Digga, bleibt mal ruhig hier, ey. Guck mal, Babyburr, Alter, was ja gar nichts abkriegt. Auf jeden Fall, meine Hübsche. Für dich mach ich alles. Ja, gut, jetzt wieder. So, da ist der Helm. Schon wieder eine. Brauchen wir nicht. So, was müssen wir jetzt sprechen mit Magister Seren in Fort Wrun. Alles klar. Stellst du mir wieder ein Portal? Stellst du mir wieder ein Portal? Ja. Mach das mal, komm. Jawoll, nice. So muss das sein. So, meine Hübsche. Hallo. Was bekommen wir da? Ah, fast eine Bauanleitung. Das kann man eintauschen für ein Gebäude. Oh, wir kriegen dich als Anhängerin. Direkte Verbindung zur Garnison herstellen. Nice. Mann, ich mache mich auf zu eurer Garnison und bringe eure Magier auf Vordermann. Wir sehen uns dort. Hm. Ei, ei. Nice. Oh, hier haben wir noch eine Quest. Das ist die Flussbestien, ne? Yo. Oh, Flussbestienfleisch. Hals. Brauchen wir? Brauchen wir? Brauchen wir dringend. So. Angelegt. So, was haben wir hier noch? Hier ist eine neue Quest. Er spricht mit Exa Maladar an der brennenden Front in Talador. Okay. So, wo müssen wir hin? Da vorne, ne? Ui. Leute, ich glaube, das ist jetzt die Gegenseite von der Horde. Hier ist auf jeden Fall die Horde. Oder ist das ein allgemeiner Flugpunkt, ne? Da müssen wir hier auch für die Horde dann das, was wir für die Horde gemacht haben, für die Allianz tun. Und hier haben wir dann den Aliposten. Kann auch gut möglich sein, dass wir hier... Ne. Ich glaube, wir müssen definitiv dann auch noch da hin. Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Und, äh, ja, sorry dafür, dass ich jetzt hier nicht so ganz gesprächig war. Ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen. Und, äh, in der nächsten Woche ist es bestimmt weg. Also, macht es gut. Bis bald. Bis bald.